Ich befinde mich gerade hier in Kopenhagen, das ist der dritte Spot, dritter Tag hier. Die Jungs werden jetzt hier den ganzen Spot komplett neu aufbauen, damit das auch anfahrbar ist. Richtig krass, sponsert hier anscheinend bei Flip. Da machen die den Boden krass hier und dann kann man hier die Zwölfer fahren. Mega lange Zwölfer, ich bin sehr gespannt. Korrekt, Alter, also bisher Kopenhagen. Puh, Motherfucker! 12. Session, Flip, Kopenhagen. Wir sind in, Motherfucker. Stay OG. 3. Spiel Hard work! Also hier ist unfassbar viel los, checkt das mal! Es ist jetzt der letzte Tag, es ist der fette Contest in der Skatehalle, aber da war... Ihr könnt euch vorstellen, was ja schon die ganze Zeit vorher war, habt ihr gesehen? Was jetzt da los war, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die Schlange ging bis vier Kilometer, alter! Kein Scheiß! Und 500 lassen die nur rein und so ein Quatsch... Ekelhaft! Deswegen... Man muss aber das Richtige tun und selber Skaten gehen. Deswegen hier kleiner kurzer Park, hier... Relaxed, bisschen flat, bisschen Curb... Und schön Kopenhagen ausklingen lassen, für sich persönlich. So ist Skatevlog, so ist Stay All G Motor Volker. So... 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 Das war's. Das war's. Das war's. Welt und Skater, deswegen seid ihr dabei und wir sehen uns jetzt auf der Straße. Peace!